Hallo und herzlich willkommen! Willkommen zum RZ10 Update. Ich berichte, was so die letzten Tage und Wochen gelaufen ist in der SAP Community aus Sicht von Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und ich habe heute mitgebracht die SAP Tag Ad inklusive Learning Hub Zugang und den SAP Patch Day. Legen wir los! Ja, die diesjährige Tag Ad findet ja komplett remote statt. SAP hat es wie viele andere Hersteller getroffen, dass da ja die größte technische Veranstaltung, die SAP hier zu bieten hat, ja leider physisch ins Wasser fällt, aber sie haben einen 48 Stunden Marathon aufgestellt bzw. sind noch dabei. Aktuell läuft die Tag Ad noch und Interessierte haben die Möglichkeit, sich hier bei der Tag Ad kostenlos zu registrieren. Das heißt, jeder darf teilnehmen und muss nicht extra irgendwo nach Orlando oder sonst wohin in die Welt fliegen, sondern kann live daran teilnehmen. Wer sich dafür begeistern kann und ich kann mich dafür begeistern, ja und ich empfehle es auch, der hat hier eine Menge Auswahl an Content, an Informationen zu aktuellen SAP-Entwicklungen. Einerseits der Jürgen Müller, der CTO von der SAP erklärt hier, was so die strategische Ausrichtung ist, wie sich SAP hier technisch aufstellt mit der Business Technology Platform. Gestern habe ich die Keynote gesehen und auch in einige Sessions reingeguckt und das Schöne ist, dass man sich hier ganz viel auch dann hinterher als Aufzeichnung ansehen kann. Das funktioniert so, dass es hier einen Channel One gibt, quasi einen Kanal, wo ja wie so ein Fernsehsender es laufend Vorträge gibt. Das heißt also, wer sich da nicht entscheiden kann oder will, der hat hier die Möglichkeit, sich also laufend an einem Livestream hier einzuklicken und dann gibt es hier Laufensessions, die auf bestimmte Themen eingehen. Das Ganze gibt es hier dann auch so als Agenda-Programm. Da hat man dann hier mit Uhrzeiten für die verschiedenen Zeitzonen hier für Tag 1 und natürlich dann jetzt eher für Tag 2 dann entsprechende Veranstaltungen und dann auch die Uhrzeiten, wann was wiederholt wird. Da sind natürlich die Keynotes alle dann dabei. Ich habe dazu auch die Möglichkeit hier in die verschiedenen, also mich für verschiedene Tracks anzumelden. Das fühlt sich dann so an. Also die Auswahl ist relativ groß, ja 500 Sessions und von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, es ist auch schon Tendenz entwicklerlastig, finde ich jedenfalls irgendwie, beziehungsweise wenn man sich dann halt ein bestimmtes Tätigkeitsfeld ausgesucht hat, man sagt, okay, ich möchte gerne mehr lernen, zum Beispiel über Analytics, habe ich die Möglichkeit, dann hier Sessions rauszusuchen, die unter dem Themengebiet Analytics sind. Ja, und dann kann ich mich hier eintragen. Wobei da ist auch schon ein Wermutstropfen. Es gab ja schon eine ganze Weile jetzt Zeit, sich im Vorfeld auch für diese verschiedenen Sessions einzutragen und man sieht es hier auch an ganz vielen Stellen, ist hier die Waitlist voll. Ich hatte mir einige Vorträge, hätte ich mir gerne direkt angesehen, die hatte ich versucht auch zu schedulen und da war bereits die Waitlist voll. Hier kann man dann nur sich dann darauf freuen oder darauf hoffen, dass entsprechend die Aufzeichnungen dann auch zeitnah zur Verfügung stehen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, ob jetzt für alle wirklich dann hinter die Sessions zur Verfügung stehen, also die Aufzeichnungen oder ob es da auch noch Ausnahmen gibt. Aber das, was ich bisher nicht sehen konnte, konnte ich dann später als Aufzeichnung sehen. Ja. Es gibt dazu auch noch, wenn ich hier mit dem Channel 1 nichts anfangen kann und den verschiedenen Themen-Tracks, gibt es hier auch noch solche Strategy Talks, also da bestimmte Personen, also wie der Jan Gilg zum Beispiel, der das Thema S4HANA bei der SAP vorantreibt, bietet dann solche Strategy Talks an, wo er in das Thema einführt und dann auch noch weitere Sessions, wo er noch mal tiefer in das Thema eingeht, wie SAP jetzt das ganze Feld S4HANA vorantreibt. Ja, also insgesamt finde ich persönlich, ist es eine interessante Veranstaltung. Es gibt auch hier, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Keynotes ansieht oder so und hier die Sessions, das sieht alles sehr hochwertig aus, ist gut anzusehen, also nicht irgendwie zusammengestümpertes Web-Session-Chaos, wobei einige Sessions dann halt auch einfach damit arbeiten, dass die entsprechenden Referenten nicht vor Ort in Waldorf oder wo auch immer sind, sondern auch per Zoom zugeschaltet. Aber von dem, was ich gesehen habe, ist das alles ganz nett gelöst und das Studio, aus dem da gesendet wird, ist, Fun Fact, ein bisschen aufgebaut wie die Technik hinter Mandalorian, falls ihr die Fernsehserie kennt und sie seht, ja, ansonsten meine wärmste Empfehlung, da ist nämlich dieses ganze Studio eben nicht mit Greenscreen gemacht worden oder Bluescreen, wie man das viel verwendet, sondern es ist mit großen LED-Panels gelöst worden, die also riesig rund um die Person herumlaufen und wenn also der Referent, derjenige, der die Keynote hält, wie auch immer, dann da steht, kann er sehr dynamisch mit Informationen angereichert werden, also es ist schon noch eine Stufe, also zwei Stufen stärker als das Tagesschau-Studio, was man so kennt, was ja auch schon sehr dynamisch ist und macht tatsächlich ein gutes Bild, also sieht ganz gut aus, nett anzusehen, interessante Inhalte, natürlich alles auf Englisch, aber untertitelt ganz viel und es ist schon interessant, wenn man jetzt sieht, dass der Jürgen Müller da dann auch nochmal erklärt, okay, was steckt hinter der Business Technology Plattform und wie ist das gedacht und auch so Themen wie, ja, ABAP, ist das jetzt eigentlich noch relevant oder kann das weg, wo dann auch das Commitment gegeben wird oder das Versprechen, nein, ABAP ist weiterhin relevant, wir bringen es sogar in die Cloud, wir machen es cloudfähig, das heißt also Leute, die da investiert haben in ihre eigenen Skills, schützen sozusagen nicht nur die Kundenentwicklung sozusagen, also die Eigenentwicklung, sondern auch ihr Skillset und können das weiterverwenden. Also man merkt, es geht jetzt auch nicht nur um die klassischen Businessfolien, sondern auch hier wird Community Building gemacht und SAP bemüht sich redlich über verschiedenste Wege, hier die Personen oder die Menschen zu interessieren, zu gewinnen für das Thema, für das Ökosystem von SAP und dann auch die Leute zu motivieren, an der Community teilzunehmen. Ja, die dazu beitragen wird sicherlich auch die Ankündigung, dass es eine vom SAP Learning Hub, was ja im Prinzip das E-Learning vom Angebot von der SAP ist, dass es da eine Event Edition gibt für die SAP TechEd und das wäre dann vielleicht auch etwas für euch, wo ihr sagt, ja, selbst wenn ich jetzt an der TechEd nicht so konkret teilnehme, das wäre vielleicht trotzdem interessant für mich. Es gibt hier die Event Edition, wo es dann auch einen Rabatt gibt auf einige der Zertifizierungen, also da kriege ich so einen Discount-Code und dann kostet die Zertifizierung irgendwie nur 500 anstatt 1000 oder wie auch immer. Ah ja, und es gibt einige Kurse hier, also ihr könnt euch dann da in diesen Lernbereich einklinken und es sind spezielle Learning Journeys angelegt worden und auch zur Verfügung gestellt worden und diese Learning Journeys bieten dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne mehr wissen über die SAP Business Technology Plattform, weil das jetzt hier irgendwie das neue Buzzword ist, was hier betrieben wird. Also diese Idee, es wird jetzt nicht mehr von ABAP-Stack geredet oder Java-Stack, sondern irgendwie da gibt es dann, der ist einfach da und der läuft auch nicht in meinem Keller, sondern wahrscheinlich auf dem Hyperscaler, also bei AWS oder sonst irgendwo und ich kann einfach hier auf dieser Business Technology Plattform aufsetzen. So, und was steckt da genau dahinter? Was gehört dazu? Und dann gibt es hier solche Learning Journeys, wie man sie auch von Zertifizierungen kennt und diese Learning Journeys springen dann halt ab in bestimmte Informationen, zum Beispiel auf OpenSAP-Kurse oder etwas, was dann halt in dem Learning Hub hinterlegt ist. Da kommt man dann hier in zum Beispiel die Keynote von dem Jürgen Müller und kann sich die hier dann nochmal ansehen. Für die, die das jetzt nur hören, die können das natürlich nicht sehen, aber diejenigen, die es sehen, da sieht man hier auch dieses Fancy Studio, also jedenfalls in der Ausprägung, wo dann dynamisch Dinge eingeblendet werden können. Das haben die schon ganz nett gemacht. Ja, also zurück zum Learning Hub. Die Event Edition, die ist halt verfügbar vom 1. Dezember bis 31. März 2021. Also in diesem Zeitraum kann man da auf Inhalte frei zugreifen und ich habe mal nachgeguckt, was da so heraussticht. Also ich kann dann zum Beispiel solche Zertifizierungsvorbereitungen machen für die Themen SAP Cloud Platform Enterprise Extension, SAP Cloud Platform Integration, ich denke, das dürfte wirklich auch den einen oder anderen interessieren dann, ja. ABAP Programmierung für SAP HANA und SAP UI5 und SAP Fiori Applications. Also wer damit immer schon mal spielen wollte, seine eigene Fiori App zu bauen, der wird hier sicherlich auch etwas finden. Diesen kostenlosen SAP Learning Hub Zugriff gibt es nur für diejenigen, die sich für die SAP TechEd registriert haben. Das heißt also, und da weiß ich jetzt, das habe ich nirgendwo gefunden, wie lange das noch zur Verfügung steht, da die TechEd jetzt ja zeitlich gesehen bis morgen geht, also bis Donnerstag, den 10.12. werdet ihr wahrscheinlich jetzt noch die Chance haben, dann mindestens bis Donnerstag euch zu registrieren. Vielleicht geht es auch länger. Müsst ihr mal schauen, ja. So, was würde ich euch gerne zusätzlich noch mitgeben und nur der Hinweis hier drauf, es gibt einen sehr guten SAP TechEd Guide im Blog SAP.com und der ist von dem Dennis van Kempen und das ist wirklich eine super Zusammenstellung, wo zum Beispiel auch die Learning Journeys hier aufgeführt worden sind, so eine Art Cheat auch wird hier, wird darauf verwiesen und hier gibt es Font-Teaser über was findet man, wo, wo meldet man sich an und welche URLs, welche Ressourcen sollte man Zugriff haben, Twitter, Hashtags und so weiter, Livestream, YouTube-Channel, you name it und die Learning Journeys hatte ich schon eben erwähnt, genau das hatte ich auch noch nicht gesagt, welche gibt es hier noch von den Learning Journeys, also was will man lernen, Analytics kann man lernen, Application Development, Integration, Customer Experience, Database and Data Management, Digital Transformation with Intelligent ERP, Integrated Intelligent Suite, Intelligent Technologies, es ist alles sehr intelligent und es ist auch, da kann man jetzt ein bisschen drüber schmunzeln, es ist natürlich amerikanisch angehaucht, das heißt, es ist manchmal so wonderful to be here and thanks for having me, aber wenn man darüber ein bisschen wegkommt, ist das hier wirklich klasse Content, der hier verdichtet zusammengeführt worden ist, ja, also ihr merkt schon, meine Empfehlung. Okay, das waren die schönen Sachen, die ich mitgebracht habe und es gibt auch noch den SAP Patchday, ja, der SAP Patchday, wie immer, der SAP Patchday steht ja jeden zweiten Dienstag im Monat an und so auch im Dezember und der diesmonatige oder der Dezember Patchday hat elf Security Notes mitgebracht und zwei davon sind Updates von vorherigen Patchdays und es gibt hier immer dann so eine schöne Statistik, die ich gerne zeige, wo man dann sieht, okay, wie viel sind davon Hot News und wie viel sind High und diesen Monat im Dezember gab es vier Hot News und zwei High News und Medium und Low, die schaue ich mir in der Regel nicht so sehr an, ja, und was gibt es zu erwähnen oder was muss man da wissen? Ich habe es hier mal, ich habe mal die aus meiner Sicht vier relevanten hier zusammengestellt, mit einem Highscore von 10 von 10 kommt da Missing Authentication Check in SAP Netweaver AS Java, also der AS Java ist betroffen und was ist hier das Problem? Ich schaffe es hier, mich in die Clusterkommunikation von Java-Servern einzumischen, also vom Application Server Java, da kann ich von außen eingreifen in diese Clusterkommunikation und kann mich sozusagen einmischen und kann dann ohne Anmeldung als Angreifer ja bestimmte Funktionalitäten ausführen in dem Cluster, zum Beispiel den Cluster herunterfahren. Ja, also es ist natürlich nicht so optimal oder es ist eine Vollkatastrophe und es gibt einerseits die Möglichkeit jetzt als Maßnahme natürlich zu patchen, also es werden Patches zur Verfügung gestellt oder es gibt Workarounds, da wird empfohlen, zum Beispiel mit Access-Listen zu arbeiten und so sicherzustellen, dass also es keine Kommunikation von außen an nicht vertrauenswürdigen IP-Adressen geben kann. Ja, das sollte sowieso jeder einstellen, dass da der Cluster nur sozusagen auf sich selber hört beziehungsweise auf seine vertrauensvollen Knoten. Aber das würde man dann hier machen und das ist in dem SAP-Hinweis hier auch entsprechend beschrieben. Trifft alle Java-Versionen, also alle, also von 7.11 bis 7.50 und hat wie gesagt ein Score von 10 von 10, das heißt, dass es auf jeden Fall sollte ganz oben auf eurer To-Do-Liste. Dann habe ich hier etwas, was diejenigen trifft, die SAP Business Objects im Einsatz haben, speziell mit Crystal Reports. Da prüft Crystal Reports in der betroffenen Version nicht genug das, was hochgeladen wird und dadurch können ja schadhafte XML-Codes sozusagen eingefügt werden und wenn die dann im Kontext eines privilegierten Benutzers ausgeführt werden, dann könnte es dazu ja Cross-Site Request Forgery kommen oder Denial of Service oder ich kann irgendwelche Informationen abziehen aus den Verzeichnissen. Also ist auf jeden Fall keine gute Idee und die Lösung dafür ist, den entsprechenden Patch einzufügen. Das trifft Business Objects BI Plattform Version 4.1, 4.2, 4.3 und hat einen Score von 9,6. Ja, dann gibt es noch für diejenigen, die das SAP BW im Einsatz haben, speziell Master Data Management und SAP BW 4HANA, gibt es noch ein Score von 9,1 mit einer Code Injection-Schwachstelle und da gibt es die Möglichkeit, dass ich einen Fremdcode, Schadcode von außen injiziere und dann da eventuell sogar die Möglichkeit habe, Betriebssystem-Kommandos auszuführen und da ist die Möglichkeit auch entsprechend, ja eigentlich nur der Patch, da wird für die Version 7.3 dann entsprechend da irgendwie harte Limitierungen gemacht und für BW-Version ab 7.4 werden, wird die entsprechende Funktion sogar entfernt. Ja, also die, da war irgendwas über. So, da gab es auch Updates, aber die fand ich jetzt nicht so spannend. Ansonsten noch erwähnenswert und leider auch Dauergast hier in diesem Thema SAP Patch Day, nämlich der Solution Manager 7.2. Auch hier ist leider wieder ein Treffer mit einem Score von 8,5, also nicht ganz so hoch wie die anderen. Es gibt verschiedenste Schwachstellen im Solution Manager 7.2, speziell beim Thema User Experience Monitoring. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das auftaucht. Und die kritischste Sicherheitslücke ist hier, dass ich in der Lage bin, mit schadhaften Skripten Informationen aus dem System herauszuziehen über eine Past-Traversal Vulnerability. Und außerdem gibt es noch eine etwas kleinere Sicherheitslücke, dass da bestimmte Sicherheitsprüfungen oder Berechtigungsprüfungen nicht für authentisierte Benutzer durchgeführt werden. Und dann können die zum Beispiel administrative Funktionen durchführen. Ja, der einzige Trost ist, also als Workaround, also natürlich patchen. Wer jetzt nicht sofort patchen kann, der kann die entsprechende administrative Funktion deaktivieren, damit es nicht ausgenutzt werden kann. Der einzige kleine Trostpreis ist, dass es jetzt hier ein Problem ist, was auf Serverseite gelöst werden kann und ich jetzt nicht an die Agenten ran muss. Also von dem, was ich hier gelesen habe, reicht es halt, wenn man die Patches dann entsprechend im Solution Manager einspielt. Ja, so viel zum Patch Day. Das war es auch schon wieder mit dem RZ10 Update. Ihr kennt ja die Seite rz10.de, das ist unsere Webseite. Wir haben immer ganz viele Informationen auf der Webseite und die Möglichkeit, sich auch für Webinare anzumelden. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, gerne auf rz10.de mal stöbern oder am besten auch unser Best-of abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Wenn ihr uns auf YouTube seht, dann könnt ihr ja ein Abo dalassen. Ansonsten freuen wir uns immer auf Feedback, gerne an harmes.rz10.de. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und macht's gut. Bis demnächst. Auf unserem Kanal gibt es noch viele weitere Videos zum Thema SAP Basis und Security. Wenn ihr einen Themenwunsch habt, könnt ihr den gerne hier unter dem Video in die Kommentare schreiben. Ansonsten folgt uns gerne auf YouTube hier oder in den sozialen Netzwerken bei Twitter und Instagram. Bis dahin.